Türchen Nummer 12 hat heute so eine wunderschöne Schneekugel. Aber ich will ja wissen, was drin ist. Oh! Was kommt denn da? Okay, hier haben wir was Gestreiftes. Blautöne, Lila-Töne, das rosa hier, das ist nur der Bindefaden. Das einfach ignorieren, das gehört nicht zur Wolle dazu. Aber ich glaube, da hat sie die Restwolle von da genommen als Bindefaden. Guckt mal, das passt farblich so super zusammen, die rosa Töne. So, das wäre dann Söckchen Nummer 4, geht mit Streifen los. Na, schaut, ganz, ganz tolle Streifen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das aufbaut. So, und sollte ich mich verrechnet haben, wäre das der Anfang von da 4 und damit wird es weitergehen. Passt auch super zusammen. Zwar nicht ganz optimal, weil hier sind Sprenkel, hier sind Streifen. Aber mal schauen, wie es dann wieder aussieht, wenn man es zusammen verarbeitet hat. Oder ich habe mich wirklich verrechnet. Und es geht wirklich mit Streifen los. Wir gehen jetzt mal davon aus, es geht mit Streifen los und ich habe mich einfach verrechnet. So machen wir das. So, schauen wir dann morgen in Türchen Nummer 13. Let's see. Vielen Dank.